Hallo Löwen-Fans, jetzt geht's in die nächste Runde bei der Admiral Löwen-Challenge. Ihr könnt beim Handball-Darts gegen Dea Manaskow oder gegen mich antreten. Die nächste Möglichkeit hat er beim nächsten Heimspiel hinter Block 209. Und solltet ihr den Score überbieten, dann erwarten euch tolle Preise von unserem Hauptsponsor Admiral. 36 plus 8, 44, 61. Nicht schlecht, 61 sind zu schlagen. 50, 90. Ja, 90 ist zu schlagen. Olli hat mich leider mit 90 Punkten geschlagen. Ja, und wer von euch diesen Score überbietet, hat die Preise von unserem Hauptsponsor Admiral mehr als verdient. Die vier besten Scores treten beim Fan-Final-Vorgehen an, am Saisonende. Und der Gewinner, den erwarten ganz tolle Preise von unserem Hauptsponsor Admiral. Den darf ich auch noch nicht verraten, aber ich wünsche euch viel Erfolg. Ciao.